guten tag leute hier spricht euer peter so jetzt bin ich mal gespannt werden wir zum schlachthaus müsse oder haben wir noch was anderes vor uns aber erst reden hat ihn beim schlacht der ärger beschämt sunny ist wieder drüben bei roberto sich in letzter zeit ganz besonders nicht aus der schlachter aber nicht gerade begeistert dass sonst die geldgeschäfte gestört worden sind genau und die kacke ist echt am dampfen sunny ist entschlossen alles wieder ins lot zu bringen dass seine leute mehr schiss vor ihm haben als vor dir wir werden sehen aber man kann man das nicht so weit ist sunny ist wohl etwas angepasst über so einen fahrigen kerl der seine geschichte stört den ganzen weg runter zur fleischfabrik um auf ihn zu warten so leute jetzt gehen wir sunny blue jetzt kommt sunny blue und dann haben wir alle gebiere dann haben wir gepackt leute mit sunny nach sunny blue alter manche bremsen sind echt nervig finde ich so ein bisschen zu bremse so jetzt gehen wir mal zum schlachthaus bin ich mal gespannt was wir jetzt machen müssen noch nicht einfach ein vorteil ist wir haben viele leute schon eliminieren so leute jetzt werden wir natürlich noch ein bisschen fach uns holen dass wir alles nur uns frisch machen und munition holen alles frisch haben so leute und jetzt schauen wir uns im schlachthaus um leute so leute und jetzt schauen wir uns im schlachthaus um leute zu her zu 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 so zu 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 So, den ersten Hammer. So, wir müssen ruhig bleiben. So, den ersten Hammer. 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 Miniert. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm her. Alter. Hier war... Hey, aber dass so wenige Leute da sind, Leute. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil für Sunny, Leute. Das sind auch Vorteile für uns. Okay. 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 Lett mich. Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Schutzgeld im Schlachthaus erledigt. Okay. 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 Leute. Jetzt haben wir nur noch den Schlachter. Alter. Was für ein Name. Was für ein Name für ein... Ja. Aber wir haben jetzt das Gebiet fast komplett erledigt. Und das ist Vorteil, Leute. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Birk, Vitus Galetta und diese Frau namens Chris haben wir zusammengearbeitet? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Markano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. So, Leute. Und jetzt wollen wir den Schlachter. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte noch. So, Leute. Jetzt werden wir versuchen den Schlachter. Aber zuerst gehen wir zum Herberg. Und dann schauen wir mal, was wir da machen. Oder, Leute? Aber ein echt gut gemacht, Leute. Richtig gut. Und finde ich extrem. Wenn wir eh kurz hier sind, will ich sagen. Machen wir hier das Ding nochmal auf, Leute. Dass wir hier das Ding ein- Nein machen. Dass wir hier ein bisschen uns abhören. Dass wir, wie gesagt, unsere drei Verbündete uns ein bisschen kontrollieren können, Leute. Dass wir hier ein bisschen kontrollieren können. Dass wir hier ein bisschen kontrollieren können. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. In jedem Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Dann hat er gesagt. Und normalerweise fasst er nicht rum. Wir haben eben telefoniert. Ich hab ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Berg. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon anbefeuern. Sag Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt? Was soll schon passieren? Dass wir alle drauf gehen. Hey. Das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine scheiß Tochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich hab im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Sprintmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehm die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Alter, der Berg hat wirklich an. Alter, der geht ab. Und noch was. Mit Raphhaus niedrig ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Alles in Ordnung, Kleiner? Wie bitte? Mein Papf fragt, wie's mir geht? Womit hab ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Links, sie sind fast bei dir. Puh, jetzt bin ich wirklich sauer, ihr Arschlöcher. Rechts, rechte Seite verdammt. Man muss das. Du gibst auf deinem Schädelpaar. Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab einen Feuer am 1.0st. Durchsorgen. Da werden die armen Picher ja glatt verhungern. Vergiss die kleine Überraschung, die sich in den Ithaka hat. Das St большige vieler, die sich nicht in die Ithaka hat. Das ist nicht die Erreiniga. Hört was für das. Doch, das ist scheiße. Hört woanders! Es ist der Schwarzbrot. 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 Schwarzbrot.